Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News des Tages, kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Rodrigo Salazar kam vor einem Jahr zu Schalkern und konnte er von Beginn an überzeugen und hat sich auch in die Herzen vieler Schalke-Fans gespielt. In der kommenden Saison bleibt er bei uns. Es gab die Feststellung von Eintracht Frankfurt, aber nun ist auch klar, wie viel Geld wir bekommen würden, sollte die Eintracht die Rückkaufoption ziehen. Denn es war ja schon länger klar, dass es eine Rückkaufoption im nächsten Sommer geben wird, sprich für 2023, dann kann Frankfurt Salazar zurück an den Main holen. Und laut Sport1 wären in diesem Fall 4 Millionen Euro fällig und damit würden wir einen Transferplus von gut 2,5 Millionen machen, was ja schon mal rein faktisch gesehen gut wäre, sollte es zu dem Fall der Fälle kommen. Ich denke mal, wir sind uns auch alle einig, dass wir gerne Rodrigo Salazar noch langfristiger behalten wollen würden. Sollte Salazar dann zu Frankfurt zurückkehren, gäbe es auch schon einen fertigen Vertrag und er würde dann 2,5 Millionen Euro jährlich dort verdienen. Und auch das nochmal zum Vergleich, bei uns planen wir mit Gehaltsbudgets zwischen 900.000 und 1,5 Millionen für Spieler und nicht darüber hinaus. Sprich, Salazar könnte bei Frankfurt nochmal deutlich mehr verdienen. Trotzdem möchte er gar nicht zurück an den Main, denn wie man hört, verschwendet er aktuell gar keinen Gedanken an einen Eintracht Rückkehr. Er möchte gerne noch langfristig bei Schalke bleiben. Natürlich ist es auch möglich, dass er, wenn er nochmal besser performt, noch zu anderen Klubs wechselt. Aber Frankfurt sieht er sich persönlich nicht. Bons hat ja einen Vertrag bis 2026. Aber natürlich trotzdem realistisch, dass Frankfurt nimm den Sommer gebraucht hat. Von er macht man eine Rückkaufoption, um ihn dann noch für ein bisschen mehr Geld weiter zu verkaufen. Aber rein faktisch gesehen haben wir natürlich dann zwei Jahre einen wirklich guten Spieler gehabt. Plus ein Transferplus erzielen können. Und vielleicht bleibt er sogar dann nochmal länger als nur den kommenden Sommer. Eine Thematik, die uns Fans einmal extrem interessiert, sind neue Trikots. Und im kommenden Sommer wird es sogar drei davon geben, weil wir einen Auslöserwechsel haben. Weg von Umbro zurück zu Adidas in Zusammenarbeit mit elf Teamsports, die ja zusammen etwa drei Millionen Euro pro Saison zahlen werden. Umbro ist damit weg und damit ist auch klar, dass vertraglich gesehen ab dem 1. Juli neue Trikots durchaus realistisch sind. Und ab dem Datum möchte eben auch Schalke gerne die Trikots verkaufen. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut in Planung. Und natürlich auch durchaus gut möglich, dass man die auch dann verkaufen wird, weil man eben natürlich auch damit Geld einplanen kann, was man eben durch Verkäufe erzielt. Allerdings ist noch eine Thematik offen. Und zwar, welcher Hauptsponsor auf dem Trikot zu sehen sein wird. Aktuell ist es ja Viva West. Das ist aber durchaus unrealistisch. In der zweiten Liga haben sie ja etwa 4,5 Millionen Euro bezahlt. Und Schalke, so wie wir auch Viva West selber sagten ja schon, dass man sich gerne in der Bundesliga partnerschaftlich anders aufstellen möchte, wodurch auch Schalke die Chance auf einen neuen Trikotpartner, der im besten Falle mindestens 8, wenn nicht sogar 10 Millionen Euro überweisen wird. Was natürlich schon für uns extrem viel Kohle ist. Aktuell läuft die Suche. Gefunden wurde noch kein neuer Sponsor. Laut der Bild wurde nun eine Marketingagentur auch noch ein bisschen ins Boot geholt, um einfach die Suche ein bisschen zu beschleunigen. Denn natürlich ist auch klar, dass man so schnell wie möglich einen neuen Hauptsponsor finden möchte. Denn im besten Fall will Schalke den künftigen Hauptsponsor schnell klar machen, damit auch dessen Logo pünktlich zum 1. Juli auf den neuen Trikots zu sehen ist. Denn klar ist natürlich auch, im schlechtesten Falle müsste man dann erst einmal die Trikots mit Viva West bedrucken, was natürlich nicht optimal ist. Denn dann müsste man eine komplette Kollektion später umrüsten. Natürlich wäre es eine Notlösung, die ginge auch. Aber damit würde man erst einmal direkt 30.000 der 80.000 geplanten Trikots verkaufen. Und danach eben möglicherweise nochmal das Trikot neu drucken lassen mit einem neuen Sponsor-Emblem. Weil wir haben jetzt selber gesehen, bei dem Wechsel von Gazprom zu Umbro wurden ja auch die Trikots überdruckt. Und logischerweise, weil die Trikots einfach schon da waren, deswegen würde es sich anbieten, dass man einfach relativ zügig den neuen Hauptsponsor findet, wenn es denn funktioniert. Und sollten wir eben keinen neuen finden, dann würde natürlich Viva West ein Jahr weiterhin Hauptsponsor bleiben. Aber natürlich ist da finanziell was ganz anderes möglich. Der erste Schock ist da sicherlich bei vielen verdaut. Koi Takura wird nicht auf Schalke bleiben. Es fehlt einfach die Kohle, um so den abzuschießen. Auch bedingt durch unsere ganzen Altlasten wie Sebastian Rudi, wo er immer noch Geld für bezahlt werden muss. Und bei einer Pressekonferenz in der Zahnmannschaft Japans nahm Koi Takura nun mal selber Stellung zu der Entscheidung. Und er sagte darüber folgendes. Es ist traurig, denn ich hatte eine gute Saison. Schalke ist eine gute Option für mich. Es ist nicht Schalke schuld und ich kann nichts dagegen tun. Denn, noch einmal, die finanzielle Hürde war ja einfach schlichtweg zu hoch. Und das hat ja auch schon Ruben Schroder im Abschied des Japaners bestätigt. Das finanzielle Volumen war schlicht zu groß und hätte unseren mit Bedacht gesetzten Rahmen gesprengt. Und deswegen hat doch Koi Takura mehr als Verständnis für diese Entscheidung. Klar ist natürlich auch, dass man jetzt sehen wird, wo es für ihn weitergeht. Bei Man City ist das nicht der Fall, da hat er ja noch gar kein Spiel absolviert. Und es könnte auch sein, dass er in der Bundesliga bleibt und damit gegen uns spielen wird. Aktuell wird vor allen Dingen Borussia Mönchner als Interessent gehandelt. Und generell muss man sagen, dass Koi Takura ohnehin in die 1. Liga gehen wollte. Ich bin erleichtert und zufrieden, weil ich ein Minimalziel erreicht habe. Ich habe mich noch nicht entschieden und weiß nicht, wo das sein wird. So also Koi Takura. Ich denke mal, dass es in der 1. Liga gehen wird, ist auf jeden Fall der Fall. Und möglicherweise halt auch in die Bundesliga, was sicherlich für uns noch mal bitterer wäre, noch gegen uns spielen zu sehen. Dann würde vielleicht auch ein enges Interesse von Bonhoeff, was man da schon mal gehört hat, noch mal mehr Sinn ergeben. Aber anscheinend scheint Borussia Mönchengladbach der Favorit aktuell zu sein. Zumindest muss Koi Takura jetzt noch den Abschied von Schalke verdauen und dann möglicherweise bald auch selber auf uns treffen. So langsam gehen unsere Geschicke wieder durchaus einen Takt schneller, denn ein neuer Trainer ist wohl mittlerweile auf Schalke tatsächlich gefunden. Denn ein Insider, der bereits einem möglichen Transfer eines Stürmers voraussagte, das war ja mit Robert Glatzlauch der Fall, der ja doch kurz ja vorher gescheitert ist, meint zu wissen, dass es am Dienstag Infos zum neuen Trainer geben wird. Und ja, Insider immer eine spezielle Quelle, da muss man nicht immer zwingend drauf vertrauen. Aber mittlerweile bestätigen das auch andere Medien. So zum Beispiel auch Sky, die gesagt haben, der neue Schalke-Trainer soll nächste Woche vorgestellt werden. Und ich denke mal, ob es dann Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag wird, sollte uns egal sein. Gute Nachricht auf jeden Fall da, dass womöglich der neue Trainer gefunden ist. Wer es ist und warum es aktuell sozusagen noch hakt, wodurch die Entscheidung das nächste Woche verkündet wird, weiß man zwar nicht, aber so langsam kriegen wir da was Offizielles rein, um einen neuen Trainer dann eben auch zu haben. Was auch nochmal ganz wichtig ist, und das glauben ja einige Fans, dass Schalke auf seiner Mitgliederversammlung am 12.06., sprich Sonntag in einer Woche, etwas in Sachen Trainer oder auch Neutzutage verkünden wird. Aber dies wird nicht passieren. Und das finde ich auch vollkommen richtig so. Denn laut Sky möchte der Forscher die Veranstaltung nicht mehr für solche Dinge zweckentfremden. Natürlich war das schon mal anders. Bestes Beispiel Breen Embolo, der auf der MV damals verkündet worden ist. Aber all sowas möchte man nicht mehr haben. Deswegen hat man ja auch jetzt häufiger schon mal gelesen von einigen Fans, ja dann und dann könnte auf der MV das und das verkündet werden in Sachen neue Spiele, neuer Trainer. Nein, das wird sicherlich nicht passieren. Und auch das finde ich ist vollkommen richtig vom Vorstand. Aber was passieren wird, ist die Verkündung eines neuen Trainers. Und das höchstwahrscheinlich auch schon nächste Woche, sprich vor der Mitgliederversammlung. Nicht nur in Sachen neuer Trainer geht es langsam voran, sondern auch bei den weiteren ersten Transfers. Und zwar vor allem im Mittelfeld will Ruben Schröder das Mittelfeld ordentlich aufrüsten und wohl möglich schon nächste Woche zwei Deals verkünden. Denn wie Sky vermeldet, deutet bei Tom Kraus wie auch Florent Mollier einiges auf einen Balding-Wechselsessel 4 hin. Die Bild wird da sogar nochmal konkreter. Denn die meinen, dass beide Transfers nahezu fix sind. Nächste Woche sollen beide Verpflichtungen dann auch offiziell gemacht werden. Und sollte das stimmen, bekommen wir schon mal zwei neue Spieler für das Zentrum im Spiel, was sicherlich nicht verkehrt wäre. Tom Kraus als eine Mischung aus 6er und 8er könnte ihm dann ein Doppel-6 mit Flick, Latza, Palsom bilden, was dann schon ganz gut aussehen würde. Er ist ja ein Top-Talent, würde dann auf Leihbasis von RB Leipzig kommen. Und Florent Mollier so ein bisschen als Salazar-Pardon für die andere Seite. Also eine Mischung irgendwie aus 8er, 10er und rechts außen. Also kann da sehr, sehr viel abdecken. Ist ein technisch sehr, sehr starker Spieler, sehr guter Abschluss. Also durchaus interessant, wen da Schröder gefunden hat. Mollier auch durchaus erfahren. Da bin ich gespannt, auf welche Modalitäten es herausläuft. Also wie viel er kostet. Vielleicht sogar Laie mit Kaufoption, Kaufverpflichtung, was auch immer. All das sind Details, die dann sicherlich noch ans Licht kommen werden. Aber gute Nachricht, wenn man den Medien jetzt hier glauben schenkt, dass die Deals bei Tom Kraus und Florent Mollier durchaus vor dem Abschluss stehen. Und auch da, ähnlich wie bei der Trainergeschichte, nächste Woche eine offizielle Meldung wohl möglich kommen wird. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.